Wenn du hinten ganz oben am großen Airfield bist, Nordwest Airfield, da ist ja so, wenn du da so ein Weg noch weiter hoch fährst, so eine offene Fläche im Wald, ja da, ich hab das einfach mal erklärt, weil das, ähm, ja ich weiß wo, weil, wir haben ja nämlich in der letzten Folge erwähnt, dass wir unser Lager umbauen wollen oder woanders hingehen wollen, aber das verrate ich jetzt nicht. Das heißt nämlich so viel, es würden noch irgendwann Folgen kommen, definitiv, ja. Wann steht noch in den Sternen? Aber, es werden noch welche kommen, ich denke mal sobald Alex seinen PC hat. Komm, hast du sein PC schon? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht, ähm, das Delzimod, der Mod, macht mir mehr Spaß als das Standalone. Ich hab Standalone noch gar nicht wirklich gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, mir sieht Standalone ein bisschen, wie soll man sagen, es war in der Version, wie es damals, wo die ersten Videos rauskamen, wirklich noch, da hab ich mir gedacht, boah, was ist das für eine Kacke, da spielst du lieber als normale Spiele. Normalerweise, aber wenn ich mir, ja, ich weiß nicht, ich hab bis jetzt kein Dings mehr geguckt, ähm, ja, weil ich weiß nicht, was mal, ähm, klar, es ist ein Überlebensgame, ja. Aber, ich verstehe nicht, bei, äh, ich finde, es müssten langsam echt mal Autos dazukommen. Ja, gut. Entschuldige, wenn ich jetzt hier rumgestanden hab, aber ich such gerade per Handy, ähm, mir ein paar Crafting-Rezepte hier. Ähm, ne, weil, du hast keine Autos, du stehst eigentlich die ganze Zeit wirklich nur da rum und... Okay. Ich hab Hunger. Okay, dann müssen wir was zu essen holen. Ja. Okay, ich hab ein Hunting-Night. Wir haben keine Tiere. Okay, wir müssen in die Stadt. Okay, die zwei großen Städte sind Elektro und Ciano. Wo ist denn? In Elektro oder Ciano. Wo, was ist? Richtig, viel los. Ja, na klar. Kurz gesagt, du krepierst die ganze Zeit. So, und wir haben jetzt halt einen recht geilen Epoch-Server. Mhm. Mhm. Das heißt, du kannst dir da auch, ähm, Sachen kaufen, also du musst was looten, das verkaufen, kannst du ja für andere Sachen kaufen. Ja, klar. Mhm. Kannst dir eine eigene Base bauen und sowas. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, weil, ähm, das, was Tommy und ich jetzt halt immer machen, ist, ähm, doof in der Gegend rumrennen quasi. Ähm, wir haben, wir suchen uns ein Auto, wenn wir ein Auto haben, dann fahren wir die ganze Zeit rum. Okay. Und wenn wir irgendwo, ähm, da gibt's auch immer so verschiedene Missionen, hier, Banditen haben, äh, Dings fallen lassen, hebe es jetzt auf und dann fahren wir da hin und machen das. Und dann kriegst du richtig schöner Feinkontakt. Ähm, ich sag jetzt mal nichts zu dem Thema, wie man diese Schienen macht, ne? Wieso? Weil man dafür Gold braucht. Oh. Oh! Jo. Ja, ich hab schon, ich hab schon genommen. Jetzt hab ich sechs Stück. Pfff. Wie lang wird die Strecke sein? Ich überlege mal. Länger. Ja, definitiv. Ich muss das mal. Definitiv, definitiv. Nein. Nein. So, und jetzt kommt da noch ein Ding hin. Und, ach nee, da müssen wir ja auch sechs Stück machen, ne? Oh, verdammt. Sechs. Was gibst du mir jetzt? Mal hört dein Klicken die ganze Zeit. Ja, ich weiß, tut mir leid. Du hast mir hier gerade Weizen gegeben. Was soll ich mit dem Weizen? Hab ich dir Weizen liegen? Ja, du hast Weizen liegen lassen. Ach scheiße, ich wollt mich, äh, mich, ich wollt mich craften. Gib mal ja. Jetzt hast du dich noch. Nee, du hast es wieder. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich geh an die rechte Crafting Box. Ja. So, mhm, das ist echt gute Seite hier. Minecraft-Crafting.net Geh doch einfach auf Minecraft-Wiki. Ja, war ich gerade. Und? Ja. Das ist per Handy, hab ich das Gefühl, alles anders, als wenn du jetzt am PC guckst. Hm, gut. 54 sollten erstmal reichen, denk ich. Ja, du musst ja auch nur 8er-Abstände sind erst immer, ne? Ja, ja. Gold haben wir nämlich jetzt keinen, ne? Ja, aber Gold haben wir keinen mehr. Oh. Genau, deswegen. Ich hab's das Gefühl, dass wir nochmal in die Mine müssen, ne? Ja, da müssten wir dann nochmal hin. Ich glaube, wir nochmal die hast, ne? Ja. Drei Stück. Letzten drei, die wir überhaupt hatten. Hm. Jetzt ist mir aufgefallen. Also, ich weiß nicht, ob's bei dir genauso ist, aber bei mir sind die, äh, Klickzahlen von den, unseren Minecraft-Videos ein wenig im Keller. Ähm, ich muss ehrlich sein, ich hab so wenig, ähm, Zeit momentan, dass ich, äh, wirklich nur auch, ähm, mir die Links vorbereite von den jeweiligen Videos, dann nur auch auf Online-Stellen klicke und dann direkt weiter, äh, meine Arbeit tue. Ja, klar. Ne, ich guck schon danach, weil ist das schon ein bisschen wichtig. Äh, schon, aber, äh, weißt du, ich guck irgendwie, äh, wirklich einmal in der Woche nochmal ein Klickzahlen und Abos. Ja, natürlich. Ne, ich sag mal so, es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob's daran liegt, dass ich wenig, mit wenig Mods spiele, wie Minimap zum Beispiel oder sowas. Ich denke mal, dass es daran liegt. Warum gerade? Ich weiß es nicht, weil bei anderen sind wieder Minimaps drin und so weiter, die haben mehr Klicks. Die haben 45, sag ich jetzt mal, auch bei so kleinen YouTubern. Kommt ja nicht nur auf die Mods an, äh, vor allem die Fragen, warum ich hier nur rumstehe, ich bin gerade auf Minecraft-Wiki. Minimapraft-Wiki. Und ich muss mich immer voll rumlehnen, ich hab jetzt umgebaut hier und, äh, wenn ich ans Mikro will, ich demonstriere das mal kurz, dann macht das ungefähr so ein Ton, weil ich dann voll gegen mein Mikro haue. Deswegen muss ich mich jetzt immer so voll nach rechts lehnen, so voll groovy und muss dann irgendwie so voll verringt schreiben. Tja, kannst du bitte, wenn du Zeit hast, nochmal einen Druckknopf machen? Äh, ja, mach ich. Dann oben bitte in die Kiste legen oder an den, an den Steinen da an den Koppel anbringen. Also, was hab ich denn jetzt hier? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs, sieben, acht und wie, wie soll man das machen? Soll ich ein oder zwei Antriebsschienen? Antriebsschienen? Ja, Power Rail. Wie Power Rail? Ja, von denen, die ich gerade gemacht hab. Booster-Schiene. Ja, was ist damit? Ja, soll ich da ein oder zwei hintereinander machen? Eine? Zwei bringt nichts hintereinander. Okay, eins, zwei, drei, vier, vier, ähm, acht. Eisenbahnen? Äh, wie ging das nochmal, das Ding? Ähm... Ähm, mit, ähm, zwei Cleanstone, glaub ich. Alter, neun, dreimal neun, Taschenrechner. Neun, neun, x3, sindlich 27, boss, vier, 131. Boah, 31. Es tut mir leid, wenn man das klicken hört. Aber ich weiß, wie man das entfernen kann. Shit. Äh, was? Mann, ich bin echt so doof dafür, oder? Ich weiß, ich nicht. So, jetzt aber. So, drei von diesen Plöten. So, wer weiß, was ich mache? Hä? Hä? Klong. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich bin... Konzentriere mich gerade aufs Zählen. � năm, dschyffel, 458, 47, 12, 8, 7, 453, 7, 12, 18, 22, 14. Das hilft nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 11, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18. Sogar es bringt mich nicht aus der Spur. Er ist im mittleren Ofen. Also der Knopf, ne? Ach so, ja. Scheiße, wo muss ich nen Ambusschen? Magen wir hier, Klong. so, zack, zack, falsch rum, äh, Unendlichkeit, oh verdammt, hä? Äh, beschischen dich, hab ich jetzt umsonsten, oh verdammt, äh, schutz, bann, shit, was denn? wir haben keine Schienen mehr, na toll, krasse Sache, der Boss, das kostet mich jetzt sieben Level, aber das ist mir wert, und zwar habe ich meine Spitzhacke jetzt Krasan der Boss genannt, ja,